Nachhaltigkeit ist ein ganz bedeutendes Thema und ich komme aus einer Frauenorganisation mit einem Menschenrechtsansatz. Für uns steht die Gleichstellung der Geschlechter natürlich ganz vorne. Und für uns bedeutet eben Nachhaltigkeit, dass Frauen auf allen Ebenen eingebunden sind und auch bei der Planung, bei der Durchführung dabei sind und auch die Veranstaltungen mit durchführen. Mein Appell mehr für Gleichstellung zu tun, sei es auf Unternehmensebene, sei es auf der Führungsebene, aber auch bei Einstellungen oder auch in der Familie, in der Erziehung der Kinder. Gleichstellung der Geschlechter ist ein wichtiges Element in allen Bemühungen um Nachhaltigkeit. Denn Gleichstellung der Geschlechter ist eine Voraussetzung dafür, dass nachhaltig gearbeitet wird, erwirtschaftet wird und sollte das Leitprinzip in jedem Unternehmen werden und gerade im Veranstaltungsmanagement.